Fühlt sich ausgestellten in der nächsten paar Runden. 84. Magereise im Kessel zu haben gesagt. Steigert die Abwehr? Ne, nicht Abwehr. Nein. Was ist das? Ähm. Hat einen bitteren Beischnitt, der auf einem Trab hält. Steigert die Eile? Ne, ich will nicht die Eile. Schau, schaffe Hühner. Äh, selbst nein. Das ist die Abwehr. Was und Glück verliert man das halt nicht. Na, ey. Was denn? Eins. Ach, der hat nur eins gehabt. Okidu. Ah. Treffer von hinten. Ne. Was heißt denn dieses müde? Die Eile geht dann weg? Oh, bitte. Auch mal. Das will ich gar nicht. Das ist das mit der Angriff. Ich sage, steigert die Angriff in den nächsten paar Schlachten um 16. Das ist ein bisschen arg wenig. Vielleicht die Angriff in den nächsten paar Schlachten. Aber gibt keinen Aber gibt keinen, ähm. De-Buff so in der Art. Ruhen. Hallo, alter Mann. Ja. Willst du die ganze Nacht finster anstehen oder gibst du mir einen aus? Ich dir einen ausgeben? Soll das ein Witz sein? Du bist doch wohl nicht immer noch böse auf mich wegen dem Fass. Wegen dem Fass? Das schafft er erstmal gerade auf die Liste. Du hast eine Liste? Ja, und die ist lang. Wie wäre es zum Beispiel damit, als du mich mit dem Schiff im Stich und vermeide dich tot zurückgelassen hast? Ach, hör auf. Ich habe überlebt und dir ein andermal den Arsch gerettet. Was steht noch auf der Liste? Jetzt werde ich wieder demonetisiert wegen dem Wort. Tja, mal sehen. Du bist eine Diebin, eine Halsabschneiderin und eine Kanalie. Du zählst aber als eine Sache, oder? Du zählst, das zählt aber als eine Sache, oder? Ist das nicht alles irgendwie dasselbe? Ach so, ja. Und ich hasse dich. Ist ja wirklich schade. Du hast die Rote. Du hasst die Rote und ein Glas für deinen Freund. Was? Wie bestellt. Das geht aufs Haus. Okay. Ich will wohl jemand anderes finden, der mir mit dem Austrinken hilft. Warte mal, ich kenne diesen Geruch. Ist das dein Lieblingsrum aus deinem Lieblingsfass? Du bist von Grund auf schlecht. Pack das mit auf die Liste. Seufz. Gib schon her. Und wir sollten das nicht verkommen lassen. Hoch die Tassen. Alles klar. So. Ab. Zurück. Natürlich können wir auch mal mit diesem Barfoot oder sowas, ähm, die Katakomben da unten machen, aber der, der Schaden ist einfach zu hoch. Wir haben noch nicht die richtige Ausrüstung. Ach, ne, jetzt komm hier nicht. Ah. Mann, ey. Haut doch einfach ab. Oh. Oh. Nicht wirklich viel, aber dann. Pfluck. Das war der Dot. Das hält nur auf. Das hält nur auf. Weiter geht's. Gänsemarsch. Das ist hier so ein mehrstufiges Ding. Deswegen dieses Zeichen da. Also in Wellen. Oh. Dann, ne, ne. Fortsetzen. Wusste ich doch, dass die sich nicht da zurückstellen. Wäre dann ein bisschen zu blöd. So, ab geht der Fisch. Das Loch. Da haben wir ja noch alle Infos. Schade, dass man hier nicht zoomen kann. So, rum hier. Ums Eck. Truf. Dahin. Ähm. Da ist der Fahrstuhl. Hier lang. Was ist denn das eigentlich? Oh, dich kann ich fangen. Ne, dich. Du bist betäubt, Alter. Wir kennen die alle nicht, ne? So. Verspotten. Du kommst eh nicht dran. Er kann ins Geschoss. Ruf. Was macht denn der überhaupt? Ah ja, drei Runden dann. Ähm. Verteidigen. Ruf. 60. Die hat 10. Was kann ich denn mit 10 machen? Kann mich nur für Stohlenheit machen. Feuerbombe. Frostbombe. Was macht denn die eigentlich? Unterkühl. Komm, mach mal ruf. Und du haust hier mal so ruf. Weil da ist noch Spot drauf. Was war denn jetzt das? Nur Eile? Eislanse macht 20. Na, wurscht. Das macht ganz schön schade. Ja, aber okay. Das haben wir ja gleich. Okay. Das ist jetzt nicht so wild. Das ist zu viel. 20 ist ein bisschen zu viel. Was hast du bekommen? Hm. Der ist verspottet. So, Verteidigung. Mit Linschein 60%. Das ist natürlich äh, nicht schlecht, ne? Aber eine Blutung da drauf. Uffpasse. Ja, da geht es nämlich schon wieder los. Hm. Ist gar nicht ohne, was die hier austeilen, ne? Ist nicht ohne. Eines kommt ja nochmal dran. Alter. Äh. So, der ist weg. Ja. Da machen wir nicht so viel Schaden, Alter. So. Das ist nicht cool, dass wir den verboten. Da ist eine Blutung drauf. Machen wir eine Windhaltung. Komm, der fliege vorher nicht dran. Aber jetzt. Wow. Das ist schon nicht ohne. Ähm. Ja, aber ich glaube, die skillt ja dann. Also, die springt ja dann Level 11, äh, 12 wohl. Das werden wir noch hinkriegen, bevor es zu knapp wird. Ja. Brauchen wir jetzt nicht groß heilen. Und dann ist sie wieder voll. Hä? Hä? Was ist denn jetzt los? Wieso kann ich... Warte, wer bist denn du? Hä? Wieso geht das nicht? Wo oben sind zwei Spinnen. Die will ich nicht. Wo sind wir denn hier überhaupt? Huch. Wieso geht denn meine Tastatur jetzt nicht? Also, ja, auch M für, äh, Karte geht nicht. Verspotten bitte. So, wollen wir mal testen, was hier so abgeht. Mal Dots draufhauen. Äh, Verteidigung. Hm, 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 hm. So, noch ein Gift oben drauf. Ähm. 15 hat er. Nee. Mach mal nicht. Ich mach ne Kollektivheilung. Weil die sollte das ja überleben, eigentlich, nach dieser Runde. Dann ist die voll, weil die tut leveln. Die tut leveln. Bluten und Feuer ist tot. Ja, und dann ist jetzt die level 12. Sollte eigentlich. Jawohl. Zwei Vorteilspunkte. So, dann gucken wir auch mal. Okay. Steigert die Eile. Beschützer vermindert den durch Crit-Treffer erledeten Schaden um 30%. Chance von 10% auf 20 Grass-Terfe, nachdem man angegriffen wurde. Das ist natürlich nicht schlecht. Das kann ich nicht mal mitnehmen. Nachdem man einen Crit-Treffer erhalten hat, steigert sich die Aktion, die Angriffsstärke um 25%. Steigert die Crit-Chance. Das machst du mal weg. Chance von 10% auf 20 Grass-Terfe, nachdem man vermindert die durch Crit-Treffer erledeten Schaden. Hm, hm, hm. Ne. Mach mal das. So. Da ist noch einer. Was ist? Okay. Spot. Arkan. Die alte Macht hat wirklich... Der Grundschaden ist halt... Mist. Ja. Verfehlt, Alter. Verfehlt. Können wir so machen. Hm, hm, hm. Ja, Hälfte. Oh. Ein bisschen mehr. Als die Hälfte. Was ist das hier? Ach, so ein Typ. Es ist aber nur einer, wenn ich was richtig gesehen habe. Irgendjahr. Es ist nur einer, würde ich sagen, wenn ich was richtig gesehen habe. Ähm. Wie mockt man das? Äh. Superkraft. Nee. Wir machen das deshalb, weil die machen... Ah, weh. Und zwar nicht zu knapp. Und da haben wir auch noch zwei von denen. Ähm. Machen wir mal ein Spot hier drauf. Das ist der AOE. Das ist der AOE. Den habe ich gemeint. Seht ihr das? Der ist natürlich heftig. Und dann kann halt auch der Spot nichts machen, weil die Töten hauen ja auf allen drauf rum, ne? Das ist halt der Mist. Und danach Verstohlenheit. Und dann kann man halt kein AOE machen. Das ist halt jetzt das üble. Und dann kann man nochmal den anderen Angriff machen, der bei Verstohlenheit 500 bringt. Der hat kein AOE gemacht. Ja. Der hat kein AOE gemacht. Ähm. Und dann kann man sehen, was das jetzt hier wird. Wir haben ganz schön HP. Da ist er weg. Da ist er weg. Da ist er weg. Okay. Ähm. Das ist schon sehr heftig hier. Ähm. Okay. So. Warte mal. Einiges Mal, man fühlt sich ausgerutscht stellt in den nächsten paar Schlachten. In jeder Runde. Ah. Für alle. Okay. Ich kann die nicht nehmen. Warum? Da wird doch kein E angezeigt. Wieso ist denn das? Weiß das jemand? Wieso kann ich das jetzt nicht nehmen? Was ist denn das für ein Mist? Komm mal her hier. Ist da eh noch einer. Oh. Okay. Drauf. Und drauf. Ja. Ja. Magie Schaden. 116. Und Verteidigung. nochmal drauf. Und nochmal. Wir müssen ein bisschen Mana sparen bei der. Und. Jetzt haust du mal mit drauf. Ja. Macht 100, ne? Ich meine. Die mit ihren. Pilipalle da. Ja. 20. Komm. Da sollte tot sein. 15. Ja. Machen wir mal eine. Kollektive Heiler. Gut. Da ist der Tod vorher. Eine Kollektive Heilung. Dann wäre das noch höher gegangen. Aber naja. Okay. Wie viel? Ah. Ist noch ein Stück bis dahin. Aber wieso kann ich. Diese Sachen hier nicht nehmen? Das finde ich jetzt ein bisschen. Da ist einer. Der hat auch gesehen. Schade. Im wahrsten Sinne des Wortes. Verspotten. Keine Ahnung. Wer? Ohne ausweichen bitte. Okay. Jejeje. Verteidigung. Und Heilung. Mach mal was drauf. Okay. Ohne. Nass. Es ist er gleich weg. Dann tu mal hier. Im Arkan Geschoss drauf. Da sollte der jetzt weg sein. Natürlich nicht. Mann. Na. Du darfst ihn erlegen. Kann ich eigentlich dieses Essen auch selber herstellen? Oder diese Getränke da? Aber dass ich hier nicht... Wo ist denn dieses E? Warte mal. Kann ich speichern im Hauptmenü? Und fortsetzen. Mal gucken, was jetzt passiert. Och ne! Alter! Okay, das finde ich jetzt ein bisschen Mist. Okay. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich stappe jetzt hier zurück. Das müsste jetzt nicht dabei sein. Und dann sehen wir weiter. In der nächsten Folge. Und dann gehen wir gerade wieder da rein. Bis dann. Ciao, ciao.